Heute ist Sonntag. Ich habe vorhin hier meine geschnetzelte Pfanne sauer gemacht und mein Nudelpott und so weiter. Ich habe das restliche geschnetzelte, was ich gehabt habe, einfach eingefroren. Da kann ich mir nächste Woche nochmal irgendwie geschnetzeltes machen. Kartoffeln oder mit Nudeln oder was weiß ich. Das hatte ich mir am Freitag Cannelloni 4 Käse geholt. Hier für den Backofen. Fertig Gericht. Ist mir mal weggelaufen. Sagt ganz gut aus. Probiert mal aus. Und man glaubt es kaum. Eigentlich esse ich sowas selten, aber Mozzarella gekauft. Angebot 1,10 Euro. Perfekt. Esse ich mal ganz gerne zwischendurch. Mit lecker Brot. Habe ich auch da. Und wenn das Boot am Montag nicht ist.